Mein Laptop läuft langsamer und ich habe kein Internet. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Habe ich da Computerprobleme gehört? Ja, aber nicht. Das ist Harald Hacker. Der löst alle seine Computerprobleme. Wo ist denn die Problem-IDV, die uns immer einfrieren? Das wäre ja voll alt. Erste Idee, Stecker raus. Direkt erste Idee, Problem gelöst. Ich habe ja keinen Stecker. Ist das Windows 98 oder 95? Das ist brutal, wie er das sofort eingrenzen kann. Das ist ein MacBook aus 2020. Aber ich sehe, glaube auch gleich, wenn das Internet nicht geht, Modem ist nicht dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Schneller wird er, wenn ich den Treiber aktualisiere. Ich habe ja CD-ROM dabei. Immer die Treiber, oder? Immer die alten Treib-Täter. Harald, Alter. Genial, der Typ. Komm, ich mache das geschwind. So, also Microsoft Word geht wieder so weit. Uni, habt ihr noch eine coole Überschrift gratis dazu gemacht? Harald Hacker hat weder mal einen Tag gerettet. Alter, ich hatte nicht mal Word drauf. Das ist jetzt einfach noch langsamer, deshalb. Warum? Das Problem war ja eigentlich von Anfang an...